Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice-Skalk, Daten ändern. Daten werden auf ähnliche Weise geändert, wie sie auch erfasst werden. Der erste Schritt ist, die entsprechende Zelle auszuwählen, zum Beispiel B2. Um einen Zelleintrag zu löschen, haben Sie folgende Möglichkeiten. Nur den Zellinhalt löschen. Um nur den Zellinhalt, aber nicht etwa die Formatierung zu löschen, klicken Sie zunächst auf die betreffende Zelle und dann auf die Entferntaste. Inhalt und Formatierung löschen. Um hingegen den Zellinhalt und oder die Formatierung zu löschen, betätigen Sie die Rücktaste oder führen Sie einen Rechtsklick auf die Zelle aus und wählen den Befehl Inhalte löschen oder den Menübefehl Bearbeiten, Inhalte löschen aus. Das öffnet den Dialog Inhalte löschen. Dort können Sie wählen, welche Aspekte gelöscht werden sollen. Um nur bestimmte Teilaspekte einer Zelle zu entfernen, muss die Option Alles löschen deaktiviert werden. Wird die vorhandene Formatierung gelöscht, wird die Formatierung auf die ursprüngliche Standardformatierung einschließlich der Schriftart und Größe zurückgesetzt. Um einen Zelleintrag zu überschreiben, also komplett zu löschen und durch einen neuen zu ersetzen, können Sie einfach so tun, als wäre die Zelle leer und direkt den neuen Inhalt eingeben, nachdem Sie die Zelle ausgewählt haben. Der alte Inhalt wird dabei durch den neuen ersetzt, allerdings wird dabei die ursprüngliche Formatierung beibehalten. Wenn Sie lediglich eine kleine Änderung am Zellinhalt machen möchten, ohne vorher den Zellinhalt komplett zu entfernen, etwa um einen Tippfehler zu korrigieren, dann können Sie dies auf zwei Arten tun, mithilfe der Tastatur mit der Maus. Wählen Sie dazu einfach eine Zelle aus und drücken die Taste F2. Dadurch wird für die Zelle der Bearbeiten-Modus aktiviert und die Pfeiltasten bewegen jetzt den Einfügecursor innerhalb der Zelle und nicht mehr den Zellcursor von Zelle zu Zelle. Auch ein Wechsel zwischen Überschreiben und Einfügen ist möglich. Drücken Sie dazu erneut die Einfüge-Taste. Schließen Sie Ihre Änderung durch die Eingabe-Taste oder die Tabulator-Taste ab. Mit der Maus können Sie mittels Doppelklick auf eine Zelle in den Bearbeiten-Modus wechseln. Ab da positioniert die Maus die Einfüge-Marke innerhalb der Zelle. Alternativ können Sie bei einer einfach angeklägten Zelle auch den Zellinhalt oben im Eingabe-Zeilenfeld direkt bearbeiten. Das war Jusel Paul von RUM Screencast. Ciao und viel Glück! Vielen Dank!